hi leute ja ich habe mir eine vibrationsplatte gekauft eigentlich wollte ich heute fahrrad fahren aber stattdessen probiere ich die lieber aus und trainiere heute damit damit sollen wenige minuten schon sehr effektiv sein und das will ich halt mal testen ich habe auch zu der platte ein test video gemacht auf meinem kanal könnt ihr euch gerne mal anschauen heute ist der fünfte tag an dem ich nichts esse und ich habe immer noch keine probleme auch sport ist überhaupt kein problem wenn ihr euch dafür interessiert wie das ganze funktioniert was dann im körper so passiert dass man einfach so nichts essen kann auch dazu gibt es ein video auf meinem kanal könnt ihr euch gerne anschauen wenn ihr fragen habt dann postet das doch einfach in die kommentare und ich versuche die dann zu beantworten ja ich werde jetzt noch hier ein bisschen mit meiner vibrationsplatte rumspielen und sage tschüss bis morgen zum sechsten tag